so hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren session hier mit toronto in fungamers liga format und ich würde sagen wir legen einmal los hier so immer wieder mal tonprobleme drum headset aus und einstecken oder wirklich schön gemacht muss man sagen und ich bin auf der falschen seite der bau gestanden ok war eigentlich nichts ok 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 der ist abgefest worden ok 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 La Reija, sie wird vorne. Die Reija, sie wird vorne. Ja, schön, Ausgleich. Schöner Pass auch rein. Auf all die Tore. In den Lauf. Ohpala. Ohpala. So, da ist viel Platz, viel Platz. So, da ist 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 viel Platz. Und man bleibt auch so. Ja, das war dumm. Oh ja, da ist viel Platz. 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 So, da ist viel Platz. So, da ist viel Platz. Vielen Dank. Nein, jetzt rennt er nicht mehr so mit, oder? Oh ja. Yes. Nein, jetzt rennt er. Euter. Da kann sie nicht durchsetzen und ich habe keinen anderen, oder? Ja. 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 Der fliegt da leicht. Ja. 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 Oh, warum tue ich sowas? Schön Nein Ciao Substitution for Tampington FC Coming off the pitch Number four Michael Breville Oh. 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 Schade. Aber das wird jetzt hier auch gewesen sein wahrscheinlich. Jawohl. Man gewinnt hier auswärts. 1 zu 2 gegen DC United. Schafft sich damit hier einen guten Ausgang am Tabellenoberenrand sich festzusetzen.